guten morgen so neuer rekord im zeitigsten start auf unserer radreise wir sind jetzt um 3 uhr gestartet heute weil wir 70 kilometer vor uns haben bis nach wajkia wo die fähre nach fukok übersetzt und das wollen wir bis 8.30 schaffen und deswegen der zeitige start damit wenn ich in die hitze reinkommen wieder mal und einfach gegen mittag schon auf der insel sind und so sieht unser weg momentan aus man sieht nicht ab und zu mal ein beleuchtetes haus aber sonst dunkelheit und ein paar autos und übelst viele busse so 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 Wir sind jetzt auf der Tehera angekommen und sind fix und fertig, komplett müde, Ticketkaufen Das war eine reinste Katastrophe gerade, wir haben jetzt knapp 28 Euro bezahlt für uns beide und für die Träder, für ein Weg Und jetzt werden wir wahrscheinlich schlagen, eine Runde, drei Stunden dauert die Überfahrt Jetzt sind wir auf der Insel Ja, eigentlich ganz schön hier auf Fukok Wenn da nicht eine Sache wäre Zwar hat die Insel drei Anlegestellen für Fähren, zwei im Osten der Insel und eine im Süden Und irgendwie dachte ich, dass wir im Süden ankommen Und daraufhin haben wir eine Unterkunft für zwei Nächte im Süden gebucht Ja, sind dann im Osten der Insel angekommen Und müssen jetzt nochmal sensationelle 22 Kilometer mit dem Fahrrad da hinfahren, zur Unterkunft Ja, Melanie war jetzt semi-erfreut Das ganze, nach unseren bisherigen 75 Kilometer Menschen Aber wenigstens sind die Straßen gut und so sehen wir halt wenigstens gleich mal was von der Insel, oder? Also okay, warum mache ich das nochmal? Ich habe keine Ahnung Was schön ist, Insel erkunden Mit dem Roller kann ja jeder Weißt du, hier läuft die Suppe überall nicht Naja, jetzt haben wir noch neun Kilometer, acht Kilometer Acht Kilometer vor uns Jetzt geht es erstmal wieder bergab Bleibt Die Suppe, ja Bleibt Gute Morgen Guten Morgen Hallo Blende Ja, nur ein bisschen So, wir sind heute mal auf kleiner Beach-Strand-Hopping-Tour im Süden von Foucault Und unser erster Strand ist der, wie das dann? Sao Sao Beach Der auch der bekannteste gleichzeitig ist auf Foucault Und dementsprechend sitzt hier auch auf Ost Da übelst viele Touristen und Boote Ich kann das ja mal zeigen hier im Hintergrund Da Da sind die ganzen Touristen Also Ja Und es ist Nebensaison wohlgemerkt Also Ich will gar nicht wissen, wie das hier in der Hauptsaison aussieht Aber der Strand selber ist trotzdem schön Strand und das Wasser Habt Spaß Ja Und wir gehen jetzt noch ein bisschen lunchen Ja Häust du dich auf den nächsten Strand? Ja, guck mal ab Aber da kommt schon das Meer, das kann man jetzt sehen. Also das bei dem Strand war jetzt nichts. Irgendwie ist da alles Privatgelände. Dort unten ist eine Uni drauf und anscheinend sind das alles nur Privatstrände auch da unten. Kein Durchkommen, überall Security und naja. Und fahren zum dritten Strand. Denn wir haben heute eigentlich geplant. Das war richtig lecker gewesen. Das war echt übel genial. Dass die so frisch die Nudeln gemacht haben. Richtig, richtig gut. Ich habe das noch nie gesehen. Ohne Nudelmaschine einfach durchklopfen. Voll genial. So, was machen wir jetzt noch? Nix mehr. Chips kaufen. Und dann zurück zum Hotel. Entspannen heute. alla her. Tömer. Ja, tödjää tödja. … Bis zum nächsten Mal.